Wenn die meisten das Sofa ruft, ruft dich das Schicksal. Du bist da. Kein Zweifel regt sich in dir. Die Deinen sollen sicher sein vor Niesel. Nichts kann dich halten, nichts bremsen. Ja, du gebietete Elemente, deiner Familie droht kein Ungemacht. So ist es dein Wille. Du kannst es schaffen. Du allein hast die Gabe, die Himmelspforte zu schließen. Oder wie andere sagen, das Küchenfenster.